hallo da sind wir wieder pepe und gitte wir spielen kingdoms of amelur reckoning und hier die zähne von naros pepe ist jetzt im hyperion tempel er sollte sich dort mit dem primus treffen du musst hier ja wir haben uns ja schon mit primus ja schon aber ich sollte vorausgehen ach stimmt der ist hinter dir ja das finde ich ja natürlich steht voll und ganz hinter mir das ist das sind die und dann druckt das ist schon gut das heißt du kannst dich eigentlich tun das sieht ja ganz interessant das sieht gut aus und den haben wir denn gar nicht schlecht wir müssen es zu ende bringen ja gut das ist er warum kann man die jetzt also keine ahnung warum ich den weg frei ist nein ich blick es nicht ist es schlimm absolut sollte den gewaltigen triumph meines volkes feiern doch obwohl die stadt schwebt ist sie doch nichts wenn ihr interessiert wieder ist uns der weg versperrt ich fürchte ich brauche erneut eure hilfe ja sag mal wollt ihr da nicht weiter sprechen ja das war wieder sehr schlecht abgemischt erst kurz urplötzlich ganz leise ja genau und dann war das hat es plötzlich abgebrochen und der nächste satz also ich habe jetzt an meinem kopfhörer herum gespielt weil ich dachte das liegt an dass er nicht richtig sitzt aber das war ziemlich blöd so ich kann hier sowieso nichts anderes machen wir runter springen keine ahnung wie ich hier den weg frei machen soll aber wenn er meint ich soll dann wird sich bestimmt irgendwie irgendwo eine möglichkeit finden vielleicht müssen wir hier wieder irgendwo auf den knopf drücken genau da du kennst dich wirklich aus damit sich die felsen war wieder ordnungsgemäß sortieren damit die von da hinten kommen können ja was sind das irritiert mich immer dass er uns dann immer so entgegen kommt wir müssen es zu ende bringen was hast du das nicht schon mal da kommt uns ja immer zu ja eben das finde ich immer so entgegen weil die waren ja hier oben ich bin ja über mehrere stufen runter gesprungen habe den knopf gedrückt damit sich die felsen sortieren zum weg und treppe dass die hände ja so und dann kommt er da durch die können wohl nicht hier und die können nicht springen ja das ist ganz steif zu zart dazu zu zart wohl eher nicht sieht recht robust aus im grunde aber seine knie sind vielleicht nicht so robust ja ja in seinem alter kann man sich vielleicht nicht mehr so gut und ich hing fest hast gesehen da war eine stufe die war unüberwindbar und und nun er läuft voraus soll mehr recht sein hier ist irgendwas aber nicht auf dieser ebene wohl nicht ich meine aber vielleicht hier doch jawohl ja pp hat zwischendurch mal kurz ich bin ja ziemlich nicht immer mal wieder ja was jetzt habe ich gegen das mikrofon gehauen die du bist ziemlich was voll gewesen aber nur von ja ich bin nach wie vor ziemlich voll deswegen ja wir haben gesagt die kann man nicht stapeln ja die sind alle einzelne bauen wahnsinnig viel platz nutzen ein ein innerdon ein lyria 1 mitarro kann auch nicht schaden ein etene ein mitarro ein bhl nimmst du auch gut so das reicht jetzt erstmal ach mach ich denn hier wieder dieses alles schließen irritiert immer doch ich will immer alles zu machen stattdessen machte nur die liste zu wir haben es fast geschafft der rufel nach schön wenn du meinst und im mensch wir sind da hinter diesem stein befindet sich der hyperian das geschenk der götter das symbol eines geschlossenen paktes unerreichbar für uns wartet er auf den tag an dem uns die götter unsere sünde vergeben und uns wieder als würdig erachten bis heute fürchtete ich dieser tag würde niemals kommen wir sollten beginnen die götter haben diesen raum schon einmal aufgesucht und es ist nur angemessen dass ihr ihren platz einnimmt ich werde dort sein wo einst arkes stand mutig ach ja mutig ist aber auch ein bisschen seltsames ganze na ich würde nicht daran teilnehmen ich bin ja auch nicht der beruf okay wie funktioniert das ganze hatte es arkes gewagt nach der macht der götter zu greifen und wurde für seinen hochmut gerichtet wir fungieren nun als ihre gegenstücke in euch werden die götter diese kammer erneut aufsuchen ihr werdet dort stehen wo sie erschienen und ihren zorn offenbarten und ich werde den platz einnehmen an dem arkes stand und die ganze macht ihres willens zu spüren bekam das ende steht bevor sagt er dann auch noch ja ich habe keine ahnung ich muss mich hier in die mitte von dem tümpel stellen vielleicht speicher ich vorher noch mal also er hat seinen platz eingenommen wir haben gut ganz leise gewesen ja ja aber den göttern sei dank mögen sie gepräsen sein nach all dieser zeit werde ich nun zeuge ihrer segne ich danke euch beruf ihr habt mir die schiffre gebracht und es mir gestattet mich ihrer macht zu bedienen dank euch kann ich tun was arkes nicht vermochte den hyperian beherrschen bisschen vermessen ja dieser raum macht die magie nutzbar die für die beherrschung des hyperian erforderlich ist doch bevor ihr mit der schiffre erschienen seid war keine kraft gewaltig genug schon als wir uns das erste mal begegneten als ich die schiffre zum ersten mal spürte wusste ich dass ich die versiegelung des hyperian durchbrechen und seine macht beherrschen könnte warum sonst hätten mir die götter in meiner dunkelsten stunde ausgerechnet aufschieben sollen was für ein dummer typ jenen den ich am dringendsten benötigte die götter haben mein volk als ihrer geschenke unwürdig erachtet was also werde ich den hyperian nutzen um idylla zu vernichten jetzt ist er völlig übrig ja genau eben müssen ausgemerzt werden und wenn die stadt gefallen ist werde ich aus ihren ruinen ein bildnis schmieden das die götter zufrieden stellt es tut mir leid berufen aber ihr müsst dafür zum märtyrer werden tja mögen auch ich den götter ver... ach das sind die hier sind seine anhänger nahrischer heide nahrischer heide nahrischer heide oh gott was ist nun passiert scheint deine schicksalsmacht will zu fluktuieren oh klingt irgendwie nicht richtig gut ach so hier ist gar keiner mehr ne du hast die alle abgemockst der hat beinschienen ja wir haben ja noch reichlich platz oder so ach ne naja kann man doch nicht einfach liegen lassen also ja guck mal toller rüstungswert muss man schon sagen leider können wir ihn nicht tragen nun ja sei froh dass die noch so niedrig gerüstet waren auch ein hund auch na der kann am allerwenigsten dafür warmes tier tja so ja die haben auch hunde ja ja hab ich schon gesehen eigentlich müsste es die ja woanders hin aber erstmal müssen wir die hier alle machen kurz an das ist wieder ein rund umgang so ein gold ho 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 es war richtig viel ah doch das essentially Gold ist mir am liebsten. Ach, meins waren sie vorher wohl auch schon. Nee, aber ich muss es nehmen. Ich vernichte es dann oder verkaufe es. Mal sehen. Wenn wir voll sind, mache ich es weg. Pepe hat auch glatt Rattenfleisch vernichtet. Ja. Wenn er jetzt in Hungersnot kommt. Ja, das hatte ich ja auch nur aus Versehen mitgenommen. Ihr wendet euch von den Tähnen ab. Wir wenden uns von den Tähnen ab. Frag mal deinen Boss. Was wird? Sie sind ein bisschen bescheuert, behämmert. Und jetzt tot. Aber loyal sind sie. Sie sind einfach nur dämlich, sind die. Na, das sowieso. Die Realität kann auch sehr dumm sein. Dass sie loyal sind, ist so ziemlich das einzige Gute, was ich ihnen nachsagen kann. Ja, klar, aber dass sie irgendjemandem hinterherlaufen, der so blöd ist, um sie selbst nicht denken, was für ein Typ das eigentlich ist. Der Stummechor, hier ist er wieder. Also, noch ein paar mehr Tote. Ihr seid, nein, das seid ihr. Du, doch könnt ihr ja reden. Ach ja, die können ja reden. Herrischer Heidel, der Stummechor spricht. Ich dachte, die reden nicht. Tja, in dem Augenblick in ihrem Zorn haben sie das Dach vergessen. Dass sie eigentlich nicht reden. So was ist doch ganz nett. Ja, makellose Schmiedezugraten. Du hast den Fluch, oder? Was hast du eigentlich für einen Fluch? Habe ich? Ach so, ja, meine Schicksalseinergie fluktuiert, hat er doch gesagt. Was immer das heißen mag, wir können ja mal nachgucken. Ein Schatz sagt. Kann es mal, können wir mal uns angucken. Was ist das? Ach, kann man nicht mehr lesen, was soll das? Ah, blunder, weil man es sowieso nicht lesen kann. Ja. So, ah ja, das ist ja wieder ganz allerliebstes. Ich glaube, der rennt vor uns. Hier müssen wir hin. Hier ist die Kantra. Ja, da haben wir noch mal eine Gruppe von Akolyten. Naja, die müssen wir jetzt hier hinterherlaufen. Aber die interessieren uns vermutlich nicht so richtig. Die Kantra meinte ja, der wäre schon etwas alt, dieser Tempel, hm? Ja. Hallo. Hallo. Die Schiffre ist kaputt. Ja, wir können zwar noch mal fragen hier, Amokath. Was flucht sein, die Götter, dass sie dieses Ding zurückließen? Amokathus wird es verwenden, um uns alle zu töten. Hat er gesagt? Ja. Ja, will er. Ja, will er. Sag ich doch. Seine Taten würden uns die Liebe der Götter zurückbringen, hat ihn seine Trauer wahnsinnig gemacht. Ja, ganz meine Meinung. Tatsächlich? War das einfach offensichtlich? Soll ich mir ja nicht stoppen. Und wenn wir hier von seinen Anhängern getötet werden, können wir ohnehin nichts tun, um ihn aufzuhalten. Wir müssen es an die Oberfläche schaffen und hoffen, dass uns noch genug Zeit bleibt, um seine Pläne zu durchkreuzen. Genau. Jojo. Mach mal. Was? Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, ja. Eine Oberfläche. Erst muss ich mal gucken. Was du gekriegt hast. Reif der Meditation und Ring des Erzweisen. Nein, trägst du ja. Äh, schön nicht. Ja, das hier muss es sein. Ja. Nee, den kennen wir doch schon. Nee, den haben wir schon gehabt. Was hat sie mir denn dann gegeben? Weiß ich nicht. Hä? Vielleicht Rüstung oder was oder irgend so was. Irgendwas? Das kommt davon, wenn wir nie gucken. Ja, ja. Primoz Talisman. Primoz Talisman? Na, das wird es wahrscheinlich sein, oder? Naja, das können wir aber gar nicht gebrauchen. Nein, und? Ist doch egal. 89. Wir haben 164. In unserem Schild. Okay, ist gut. Nicht alle sind so gut ausgerüstet wie du. Manche Leute freuen sich darüber. Aber... Nee, das ist... Deswegen tun wir uns so leicht, weil die Rüstung vom... Ich tue, was getan werden muss. Vom Schurken, die ist gar nicht so schlecht. Also die können ganz gut Sachen tragen. Und der Schaden vom Magier ist mächtig gewaltig. Deswegen ist das ja auch so eine gute Kombination. Magier Krieger ist wahrscheinlich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Ja. Sag mal, Sekandra legt dich immer wieder hin. Das sind doch nur Hunde. Jetzt habe ich aber genug von den dämlichen Hunden. Verzieht euch. Ich meine, nur Hunde... So eine Hundemeute kann ganz schön schlimm sein. Ja, ja. Vor allem, weil die so schnell sind. Ich dachte, ich mache die locker mit meinen Chakren weg, aber so... Von wegen, nee, nee. So schnell ging das dann nicht. So hier sind die nicht. Ja, ja, ja. So ein Blutfeldkirr. Ja. Absolut sinnlos. Völlig sinn- und zwecklos. Herrschers Hand, Vicky. 100 Leben. Klar, kennen wir herrschen. Das überrascht uns aber jetzt, ne? Sie wartet immer schön. Ja, die ist nett. Apteryx-Auge-Ring. Vollträffer-Chance. Ja, drei Prozent. Nein, mach ich nicht. Na ja. Na gut. Vermutlich nicht, aber sowas muss man sich hier mal in Ruhe angucken. Haben sie ja schon gemacht, teilweise. Ich weiß nicht, was wir tun sollen, Berufener. Ich habe mein Volk vor Bestien und Katastrophen beschützt, aber nie vor etwas wie dem hier. Wir müssen ihn aufhalten. Gut. Mann, dass ich darauf gekommen bin. Oder Pepe. Oder Pepe. Das geht mir. Ich werde nicht zulassen, dass Anokathos mein Volk vernichtet, nur weil er denkt, die Götter würden es verlangen. Ich weiß, dass wir die nötige Stärke in uns tragen. Egal, was er behauptet. Wir sind es wert, gerettet zu werden. Selbst wenn die Götter das anders sehen. Aber Anokathos hat sich in der Vorkammer des Hyperian eingeschlossen. Ohne die Chiffre oder weitere Informationen über den Hyperian sind wir verloren. Tja. Können wir ihn auch anders öffnen? Ja. Es war klug von Anokathos, sich eurer Macht zu bedienen. Die Chiffre muss der Schlüssel zur Öffnung des Hyperian sein. Und er hat sie bei der Durchführung seines Planes zerstört. Seit wir hier sind, hat sich der Hyperian meinem Volk entzogen. Und nur der Primos weiß genug über dieses Rätsel, damit wir auch nur versuchen könnten, es zu lösen. Anokathos und sein stummer Chor besaßen einen klösterlichen Rückzugsort in der Wildnis. Nyxaroth. Dort sollten wir mit unserer Suche nach seinem Wissen beginnen. Schön. Ja, wir haben es ja schon entdeckt. Wir haben es ja entdeckt. Es ist ein alter Teil der Stadt, der nie emporgehoben wurde. Dazu gedacht, ein Schrein stiller Besinnung zu sein. Jetzt ist er der Rückzugsort von Anokathos' stummem Chor. Die Anlage ist noch immer dort, wo sie ursprünglich errichtet wurde. In den Bergen der Zähne. Na gut. Na schön. Ja. Was weiß noch drüber? Nyxaroth ist einer der zahlreichen Teile der Stadt, die zwar ausgegraben, aber nicht in den Himmel gehoben wurden. Anokathos und sein stummer Chor nutzen ihn als Rückzugsort. Na schön. Na gut. Nun denn. Dann gehen wir mal raus und springen nochmal hin. Das können wir nämlich. Genau. Wir haben ja da. Ewige Trostlosigkeit. Ich glaube, wir haben sogar einen Schnellreisepunkt. Wenn nicht, haben wir gleich gegenüber. Einen. Warum laufe ich hier eigentlich durch die Gegend? Musst du nicht. Du kannst springen. Da hinten sind Gegner. Warum soll ich? Mappé. Mappé, Mappé. Da ist es. Da. Ja. Kannst du hinspringen. Warum? Ich kann nicht. Ach, wir sind da doch noch gar nicht gewesen. Ich dachte, wir wären schon da gewesen. Doch, doch. Wir waren da. Ach so, du kannst nicht, weil er Feinde sind. Ich bin da gegenüber, aber. Aber. Du konntest nicht springen oder was? Nein, ich konnte nicht. Gegen der Feinde. Ach, ihr seid. Vielleicht muss ich erst mal hier raus. Ein goldenen Kelch hat er dabei. Das kann sein, dass ich hier erst mal raus muss. Ich bin noch gar nicht ganz raus. Der eine. Der Türsteher, den du gerade umgebracht hast. Tja. Und das haben wir auch noch das. Ach nee. Wo bist du denn, Nenea? Bist du der verwandelte Primos? Kann ich jetzt? Nee. Nein. Nein, weil der da ist. Na, du wirst mit ihm kämpfen müssen. Nein, nee, komm. Hey. Aua. Gerade bin ich zwischen seinen Beinern durch und schon hat er sich wieder umgedreht. Die sind einfach zu schnell. Großes Tier sind sie ziemlich schnell. Jetzt kommen auch noch diese blöden Grobolle. Kein Mensch will die. Ihr seid zu dämlich. Mal zupft's euch. Echt stöhnt. Du kriegst ihn gar nicht. Sag mal, ich krieg den. Nee, mit der ursprünglichen Magie kannst du. Vielleicht sollte ich mal auf meine Chakren wechseln. Ja, wollte ich auch mal gerade sagen. Ich verstehe nicht, warum du immer mit der... Ich habe immer noch diesen dämlichen Stock. Na, ich denke mal, dass die hier auch noch brauchen. Hat doch keinen Schaden, Mann. Ja. Ja. Du brauchst ihn vielleicht noch. Aber dann würde ich ihn weglegen. DPD DHKP Herrschersstab Na ja 100 Leben immerhin So, können wir jetzt endlich mal schnell reisen. Das wäre doch zu liebenswürdig. Nö. Vielleicht musst du dann da hinlaufen. Ich kann... Ach, Mann. Was denn? Ich versuche es immer wieder, aber es klappt nicht. Man kann doch nur über die Weltkarte schnell reisen. Ich hätte mich gewöhnt, weil vorher gar keine Musik war. Und dachte mir, naja, vielleicht ist es jetzt verschärft. Weil, ne, und so weiter. Ja, ja. Ich fall immer wieder drauf rein und will immer wieder über die... Ja, sie kann doch, das muss es dir ein bisschen länger. ...die Beatskarte reisen, aber das ging noch nie. Warte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auch wenn es scheint, als wäre hier kaum etwas zu finden, müssen wir gründlich sein. Na gut. Wonach suchen wir? Wir sollten es nahe dem Schrein von Äthene versuchen. An Orkathos verehrt sie mehr als alle anderen Götter. Ich könnte wetten, dass er seine Geheimnisse bei ihr bewahrt. Aha. Na gut. Also, müssen wir Äthene befragen. Naja. Endlich mal ein Haufen. Endlich mal ein bisschen was zum mitnehmen. Oh ja, wir haben erst 100 Euro gesehen. Wir können so ein paar Liter nein, nachher wieder nehmen. Also jetzt ein Augenblick würde ich sie erst mal noch. Aber später kannst du es mal wieder nehmen. Halt, jetzt geht es nicht weiter. Was können wir nehmen? Wir können uns mal wieder welche. Ja. Öffnen. Also einmal Inadon. Theodon. Einmal Vitaro. Genau. Lyria. Äthene. Von Lyria. Äthene. Gut, das reicht erst mal. Ja. Na gut. Wenn du meinst, das reicht es, dann reicht es. Ja, ja. Ja. Was denn da? Rot ist. Achso, ja, ist ja gut. Ist gut. Hast du mir ja erklärt. Pepe hat ein ziemlich kurzes Gedächtnis, hast du das schon gemerkt? Ja. Vogelfrei, hey, was ist ein Vogelfrei daran? Tja. Schaden gegen das hier ein Konstrukt. Keine Ahnung. Ein Fruchtschuppen, Rüstungsteil, oh ja. Wenn es noch ein paar bessere Eigenschaften dabei hätte, wäre es gar nicht so übel. Alles nur stinknormale Sachen. Was hast du denn erwartet? Äh, besonderes Sachen. Ach nee, es kommen wieder diese Hunde. Die Hunde finde ich... Ach guck mal, hier ist eine Kiste. Ja, hab ich schon gesehen. Die Hunde finde ich schlimmer als für manche anderen, weil die so schnell sind. So, diese komischen... Typen, die da rumlaufen. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja, das musst du auch nicht. Sollst du auch gar nicht. Um Gottes Willen, bitte. Keiner hat gesagt, du sollst dich zurückhalten. Was haben wir hier? Hundeleber. Hundefleisch. Nee, Kaffeeleber. Keinen Erfolg haben. Das ist wahr. Also da sind wir auf deiner Seite. Edle Prismier. Da hinten ist eine wunderbare Bandruhe. So. Und hier ist ein Stein. Nee, ist keine Bandruhe. Der Stein, ein Stein habe ich gesehen. Eine Bandruhe ist auch da, aber erstmal gehen wir zum Stein. Zum Stein. Nein. Okay. Und hier, kannst du noch ein paar Litaneien holen. Oh ja, bitte. Entdeckung des Hyperian. Das werden wir wohl lesen müssen. Ja. 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 Tja, wer immer das geschrieben hat. Na gut, dann hören wir uns mal an, was der Stein zu sagen hat. Ein Nyxarosstein. Was? Ja, der ist wirklich verrückt, der Typ. Der Primos darf keinen Erfolg haben. Hm, ja. Tja, wir werden alles tun, um das zu verhindern. Da ist die Bandruhe, die ich vorhin gesehen habe. Ja, aber die will ich jetzt nicht. Nee, kann ich verstehen. Ich bin voll genug und außerdem will ich das Risiko nicht eingehen. Ist da irgendein Regal noch irgendwas drin hier, wo die Dinger sind? Die Schriftrollen? Ja, das sollte man auch. Ach nee, auch nie, lass es doch nicht. Ich werde es vernichten, weil das ist blöd. Ja. Es ist immer noch markiert, solange da was drin ist. Ich weiß, das ist blöd. Und das ist nicht so gut. Mal sehen, ob wir auf dem Rückweg die Zeit dazu haben. Dann können wir ja die Bandruhe mitnehmen. Ja. Wenn nicht, werde ich es vermutlich auch überleben. Wirklich? Ah ja. Oh, wir müssen Schüsse machen. Wenn auch mit Mühe. Ist gerade hier so schön ruhig. Kommen wir ja mal kurz Pause machen. Die Gelegenheit ist günstig. Ja, okay. Ah, guckt mal hier. Ja, Etena. Gut, bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.